Achtung, jetzt wird's bayerisch. Das Oktoberfest fasziniert Menschen aus aller Welt. Auch Franziska Knuppe kann sich diesem Reiz nicht entziehen. Das Dirndl ist heute nicht nur auf der Wiesn längst gesellschaftsfähig. Gut so. Ich denke, gerade ein Dirndl ist sowas Spezielles für eine Frau, dass das wirklich erstmal jeder Figur auch schmeichelt, egal ob du dünn oder doch ein bisschen weiblicher bist, weil das wirklich auch die weiblichen Formen betont. Und das ist ja auch das, wonach die Männer dann schauen, gerade was dann so hier oben so abläuft. Und was läuft ab, wenn Franziska Knuppe mal auf die Wiesn geht? Das Topmodel mag es bei Shootings gern mal ausgefallen, aber auf dem Volksfest, da steht sie eher auf die bodenständige Unterhaltung. Ich bin eher nicht so der Achterbahn-Typ. Also Kettenkarussell finde ich ziemlich cool, weil es auch noch sowas Nostalgisches hat und ein bisschen Traditionelles. Aber alles, was zu modern, zu schnell und sich zu schnell dreht, das, nee, nichts für mich. Ich bleib lieber im Bierzelt dann sitzen. Aber die Wiesn, das ist mehr als Bierzelte. Das Oktoberfest setzt auch Modetrends. Einmal Königin zu sein, das ist ganz nach dem Geschmack von Franziska Knuppe. Wir haben ja die verschiedensten Königinnen heute und man fühlt sich schon erhabener, gerade auch mit dem ganzen Schmuck auf dem Kopf und mit den Posen, die wir machen. Das ist schon sehr like a queen. Die Potsdamerin entdeckt ihre bayerische Ader. In andere Rollen zu schlüpfen, das ist für Franziska Knuppe kein Problem. Sie hat ja schließlich auch schon als Schauspielerin agiert und will auch in Zukunft weiter an dieser Zweitkarriere arbeiten. Ich denke schon, dass es da sehr, sehr viele Parallelen zwischen Modeln und Schauspielerei gibt. Also man hat nicht die Sprache und es ist natürlich schon eine andere Herausforderung, wenn ich vor der Kamera sprechen muss und eine richtige Rolle spielen muss. Aber es gibt sehr, sehr viele, wie sagt man, Gemeinsamkeiten in den Berufen. Auch auf dem Oktoberfest wird viel gemodelt und geschauspielert. Aber das überlässt Franziska Knuppe dann lieber anderen. Denn sie will die Wiesn genießen mit einer zünftigen Maß, ganz privat und nicht im Scheinwerferlicht. Denn sie will die Wiesn genießen mit einer zünftigen Maß, ganz privat und nicht im Scheinwerferlicht.